Dein Name? Jonathan. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Krankenhaus als chirurgisch-technischer Assistent. Da wurden die Schultern auch ein bisschen breiter als du es gerade gesagt hast. Der Jonathan weiß, dass er der McDreamy von Bergisch Gladbach ist, Leute. Ist so ein Lebensmotto irgendwas? Es wird schon irgendwie gehen. Mega. Ich nehme mal an, dass du im Krankenhaus nicht der bist, der die schlechten Nachrichten überbringt, oder? Ja, also... Ist das deine Freundin neben dir? Ja. Sehr gut. Und wie heißt die Freundin? Lin. Lin. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Zweieinhalb Jahre. Boah, du haust die Antworten raus, Alter. Das ist Wahnsinn, ey. Wo habt ihr euch kennengelernt? In der Eishalle. In der Eishalle? Ja. Okay, und wie hast du sie angesprochen? Ja, wir haben einen 10-Euro-Schein verloren und gefragt, ob sie den gefunden hat. Also, wir haben den nicht verloren, aber das haben wir halt gesagt. Aber es hat geklappt. Mega. Ey, Lin, du hast echten Fang gemacht. Ja, habt ihr irgendeinen Traum für die Zukunft? König der Löwen, vielleicht den Fiebertraum. Ah, okay. König der Löwen möchtet ihr sehen? Okay. Das hast du sehr, sehr schön gemacht, Jonathan und Lin. Und wir kennen tatsächlich die Veranstalter von König der Löwen und wir würden euch beide gerne einladen zu diesem Musical nach Hamburg mit einer Reise nach Hamburg. Ist das cool? Wir laden euch ein. Mega.